Bleib ja auch hinter mir. Ich, oh Gott. Ja, du hast keine Fläche, du hast keine Fläche. Joke. Das hast du nicht gemacht. Nein, 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 was? Fuckin Karni. Karni! Du kleine freche Bissar. Brücki kriegt einen Mental Breakdown. So los ist es. Standardablauf. Joke. Du musst hier nicht kommen. Du bist ein kleines Kind. Was ist das für eine Scheiße? Du Arschloch. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Ich wollte Brücki hier schon lange raus haben. Was ist mit ihm?